Jedes Kind, das bei den Älteren aufwächst, kennt die Geschichten vom alten Sentinel, einem Artefakt-Massenvernichtungsgerät, das seit mindestens 1000 oder auch einer Zillionen Jahren auf Econy ist. Jedenfalls, Rendain hat ihn gefunden. Und das Observatorium will den Sentinel lieber tot sehen als in Rendains Händen. Jetzt ratet mal, was wir heute für einen super Job bekommen. Wer den Held meiner Kindheit killen geraten hat, hat gewonnen. Sehr geil. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Battleborn. Wieder mit am Start ist der Snorx und der Smirk vom Zweikampfsofa. Juhu. Warum sagen wir das mal so schwul? Mein Gott. Hallo. Ich hab keine Ahnung. Tideli. So. Tideli. Tideli und Tideli. Ja, heute ist tatsächlich ein warmer Tag, deswegen dachten wir so ein bisschen Wärme ausdrücken kann man auch. Hallo. Hallo, ihr Liebenden. Hallo, ihr Liebenden. Verzauberten und Verwunschenen. Hallo, liebe Liebenden, sozusagen. So, neun Sekunden, los geht's. So, ich bin die Heilerin. Dann gibt's eine S-R-S-I-S mit vier Armen und den Dracula-Schwertmeister. Dio Rendi, genau. Achtung. Bong. Russ. Russ. Wasser. S-R-S-Fi. ...Messner-S brasst-S-F-R-S-Buss den Gegenüber mit Speicher. Ja. Mein Popschutz ist schon ganz nass. Eilerin. Deswegen spiel ich ja auch die Wasserfrau. Die spritzt sowieso alle nass. Raff. 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 ist ja eigentlich ein bisschen schräg, wenn eine Frau sagt, ich mach euch alle das. Golden Shower. So. Oh, oh, oh. Ich kann mich in diesem Level gar nicht dran erinnern. Hellball, Rico. Bleib stehen. Lauf nicht weg. Du willst sterben. Du weißt es nur noch nicht. Ich kann mich auch nicht dran halten. Ich hab's noch nicht gespielt. Ich heb mich da voll und ganz für euch aus. Okay, ich hab diesen Level noch nicht gespielt. Du bist der Einzige, der das bespielt hat. Cooler Bohrer übrigens hier. Oh, hier ist ein Bohrer. Achso, den hast du auch rein. Oh, guck mal. Startturm. Hast du ein Rohr gesehen, der sich hier rein fräst? Das ist ja total cool. Au, der haut mich. Kann der mal aufhören, mich zu hauen? Ich hätte gar nicht gedacht, dass es ein Gegner ist hier. Der ist jemand verstorben gerade so? Da ist jemand verstorben. Wie denn das? Wie geht denn das? Mach dir mal heile, okay? Ich auch. Geht schneller. Boah, das geht jetzt fix. Ja, zu zweit geht das. Also es ist tatsächlich, wie viele Leute wiederbeleben, desto schneller geht das. So, geheilt bist du auch. Hier steht was. Was ist das? Cool. Ich hab gerade noch den Bohrer berafft. Begafft. So, wollen wir wieder zusammenbleiben? Ich war gut, ja. Oh, ich kann den von hier schon platt machen. Das ist auch cool. Lalalala. Wir müssen diese gelben Dinger platt machen. Und ich mach den von hier. Schön. So, dann gehen wir zu welchem? Wir gehen da unten platt machen. Die da. Die da? Okay. Und runter. Noch ein bisschen. Äppchen. Äh, oh, die weg. Wirklich. Oh, hier noch einer. So. Ah, ich hab meine Süppchen im Schuh. Genau, als Schwertkämpfer muss man auch solche Geräusche machen. Finde ich auch. Halber Tennis-Spieler. Au, Alter, das gibt's doch gar nicht. Anscheinend schon. Was ist denn los mit dir? Wir müssen enttäuschen. Also, Honig. Oh, zu früh. Ich könnte mal eine Argumentation einschalten. Aua, du knallst den aber weg hier. Meine Süße. Hinter uns. Jungs, hinter euch. Ach, das gibt's doch gar nicht. Schon wieder los? Ja. Kannst du mit der Welle nicht wieder beleben, ne? Ja. Wär geil, oder? So, wo ist der rot? Hei, 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 hei. So, haben wir eine kurze Pause hier. Ich würde mal gerne... So, wir müssen diese gelben Dinger kaputt machen. Hier ist kein gelbes Ding. Wir sind einfach wieder nur zu den Gegnern gerannt. Was keinen Sinn macht. Ja, aber die sind ja auch doof. Also, die Gegner meine ich. Nein, wir sind doof, wenn wir das nicht machen. Weil wir rennen ja einfach nur wild rum. Warum rennst du nicht zu den gelben Dingern? Renne ich doch. Ich bin genau auf dem Weg zu einem. Ich steh drauf. Ist das nicht hier? Du stehst dran. Ist das hier unter mir, oder was? Ah, ja, hier unter mir ist das. Äh, ist irgendwie fest. So, ein gelbes Ding ist kaputt. Ja, ich hab auch eins kaputt. Äh, ich hab auch eins kaputt. Wo seid ihr hingelaufen? Ihr könnt euch einfach kaputt... Wenn die Dinger kaputt machen, erscheinen auch neue Gegner. Wenn ich jetzt eins kaputt mache und du eins kaputt machst, hab ich jetzt Gegner und du hast Gegner. Das ist toll. Nein, das ist nicht. Weil ich gegnerne mich gerade drauf bei den Viechern hier. Warum machst du das? Das ist böse. Das soll nicht draufgehen. Das ist das erste, die erste Regel. Nicht draufgehen. Also. Ich hab's nämlich nicht mal in der Regel, weißt du. Na gut, ich... Ich will mal jetzt jetzt so die große Klappe haben. Tot. Die Gegner oder du? Ich. Das ist schlecht. Dann versuche ich doch einfach mal, dich wieder zu bewegen. Ja, ein Schwercamper hilft mir schon. Aber hinter ihm hat er Versuch bekommen. Oh, wie tragisch. Okay. So, wie vor euch. Okay. So, alles klar hier, oder? Wenn wir jetzt zum nächsten gelben oder zum... Der geht wieder in der Mitte, der geht noch nicht, ne? Ne, der geht nicht. Der ist noch gesperrt. Das heißt, muss noch irgendwo einer sein, den wir noch nicht gefunden haben. Über den Kabeln nach. Den Kabeln? Wo siehst du Kabel? Hier. Hier, guck, hier liegen Kabel und da gehen Pfeile drauf. Da musst du einfach... Oh, du bist ja pfiffig. Äh, hab ich auch gepackt. Ja, das habe ich schon in der letzten Session erklärt, aber... Keiner hört mir zu. Nicht nur das, ich bin noch nicht mehr mitgerannt bei euch. Ich bin jetzt wie... So, ich mache wieder Explosionsschaden mit meiner Pizza ab. Jetzt rocke ich. Mit deiner Pizza? Mit meiner Pfütze. Pfütze. Die, was der Pfütze ist. Ich habe auch Pizza verstanden. Mit meiner Pizza, genau. Mit der Pizza mach ich dann auch. Die explosive Pizza, kennst du die? Komm in die rein. Das ist halt, like, hot chili. Hot chili. Nein. Hat sie halt Todsfalling gesagt? Ich will hier nicht rein. Ich verrate nicht, was passiert. Na gut, dann... Tu's nicht. Musst du alle drei drauf da gehen, oder was? Nein, natürlich nicht. Hallo? Na klar, Mensch. Oh, wie hat der Tod hier drauf liegen? Das Imperium hat Probleme. Aber wir können nicht mehr zurück. Wir sollten vermutlich jetzt umkehren. Ha, sie scherzt. Nova ist ein Witz, Volt. Klappen Nova. Ha, feststeckender Aufzug. Kein gutes Zeichen. Ha, wollte ich auch gerade machen, Onkel. Sehr gut. Sehr gut mitgedacht. Was hat er mitgedacht? Oh, wie tragisch. War das? Was lachst du? Ich weiß auch nicht. Hui. Wegen Smirken. Wieso? Was hat er gemacht? Ja, ich weiß ja nicht, was ihr gerade macht da. Ich kriege das halt gar nicht mit, was ihr da tut. Ja, das erklärt auch einiges. Ihr kämpft und ich nicht. Und ich frage mich, warum. Was ist denn? Ich habe doch gar kein Gegner mehr. Ah, doch ein roter Punkt da oben irgendwo. Kann er auch wie schießen? Ne, ne. Hallo. Kann ich mal jemand heil von euch? Du kannst was machen hier. Ne, ne. Man kann ich mal Level aufsteigen, ne? Genau, gute Idee. Zeit zum Level ab. Das Spiel ist kaputt, weil kein Gegner mehr kommt. Nö, nö. Ja, manchmal haben sich so Gegner verpackt. Die hangen dann irgendwo in der Mauer fest oder so, und dann geht es einfach nicht weiter. So, wir können die aber die Gegner mal so ein neues Ziel einbieten oder so. Neues Ziel, willst du dich gerade opfern? Wir können alle rechts stellen oder alle links. Das hilft ja nicht, wenn er in der Wand klebt. Okay, das ist jetzt wahrscheinlich gerade der Fall. Das ist ein bisschen doof, ne? Ich sehe nicht mal irgendwo. Es geht weiter. Der gute Punkt ist weg. Ja, wir haben Glück. Da haben wir Glück gehabt, wa? Hui. Na gut. Ich bringe ihn dann runter. Du lässt uns alleine? Ja, warum? Ist nicht nett. Gut job. Gut job. Na der Aufstieg. Ja, sind wir heute schneller als sonst? Verstehe ich gar nicht. Aua. Aua, was soll denn das? Ich hab dich ja eingeladen hier. Ich hab dich nicht in die Zielraketen eingebaut. Ich hab dich nicht in die Zielraketen eingebaut. Zielraketen? Kann ich schwimmen? Ja, doch. Hab ich. Ah, diese Welle immer. Entschuldigung. Da muss man sich ran gewöhnen. Ui. Ups, was war das? Das war doch hier so ein Schwertattacke, oder? Mhm. Wenn die alle hochhüpfen? Wenn die alle hochpopsen, ist entweder meine Welle von unten oder der Schwertkämpfer, der den Boden zermallt. Äh, da ist ein Gegner. Äh, ich mag sie nicht. Die spricht komische Geschichten zu mir. Diese Typen können echt was ab. Halleluja, meine Güte. Super ab hier. Morgen. Ja. Sieben, Bucky. Ich mag es. Das ist dieser Borderlands-Rewall. Ich mag ihn einfach. Wer das nicht weiß, Borderlands, das haben wir eigentlich in den Firmal gemacht. Oh, klächen Firmal. Aua. Da komm, stirb. Für mich. Für mich. Der war in die Lichthaften-Bursch. Kann er sein. Ja, die können ein bisschen mehr. Oh, Hilfe. Hilfe. Oh. Heiler, Heiler. So, und jetzt muss ich auch das Heiler, Heiler. Oh, aber. Ich ziehe mich hier gerade im Untergrund zurück. Was ist das? Hilfe. Ich bin hochgeflogen. Auch nicht ab. Noch so eine Nase. Ich bin hier unten. Oh, 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 oh. Wo ist unten da unten? Hä? Wo unten bis... Hier. Daher gekommen. Ist wieder voll. Ich bin da runtergesprungen. Danke. Wie kann man da runter springen? Ich bin da halt geflüchtet. Du bist geflohen. Ich habe gesehen, wie eine Energie macht. Hier ist hier so eine Made. Guck mal. Und schwirbt. Schwirbt Made. Und das Boot. Die Bugwelle hat ihn erledigt. Die Bugwelle. Die Bugwelle des Erfolges. So, und warum nun? Ich glaube, das Geld leuchtet, ne? Prinzipiell schon, aber ich glaube, ich baue hier nochmal ein paar Türmchen auf. Der erste Mechanismus ist direkt voraus. Ihr habt doch auch das Gefühl, dass euch irgendwas Großes und Fieses anfällt, sobald ihr einen Schritt so nah gekommen seid, oder? Das ist der Vorteil, wenn man sich auskennt, wir kommen hier wieder her. Irgendwie. Wenn ihr jetzt wieder an die Ecke kommt. Ja, lasst die Gegner ruhig kommen. Und wieder weg. Und dann geht sie tot. Dafür ist die Bugwelle nämlich auch gut. Die schubst nur die rum, ja? Ja, schubst die schon. meinten okay das heiming wäre schon nicht so verkehrt ja müssen dabei auch noch gegner kommen jederzeit achten was man ich bin durch du bist tot nein durch das oder durch tot verstanden durch oh nein ich bin wieder da wieso wir stehen am anfang wieder dieser barriere kannst du uns da wieder bei nein du musst schon hingehen nein den einen sehe ich schon der ist schon wieder da der andere stirbt gerade ich bin du hast mich du hast mich aufgeweckt ich bin da hinten geschleudern das nächste rein okay wie geht das jetzt hier abteilen okay und los wenn wir jetzt alle drauf gehen sind wir aber Probleme sehr cool in den Fallen das ist sehr geil gemacht finde ich gut was sind das hier eigentlich hier kannst du hoch und da oben ist auch noch ein Stockwerk oder? ja ahhhh ich bin runtergefallen scheiße okay ich bin unten ich hab dich mal gefunden ich bin unten oder sie haben mich gefunden wie auch immer ja der ist auch oben glaube ich das ist schlecht ja ich komme aber jetzt auch runter äh diese Monster haben jetzt Explosives auf dem Rücken Hilfe ja nicht jeder aber ein paar davon denen ne das reicht ja schon das ist ja das ist ja zu dem Turret hier zu dem Turret zu dem Turret zu dem Turret Turett 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 Das wollte ich nur retten. Ich wollte nur nett sein. Ich wollte nur nett sein. Und nach oben kommt einer. Du Pfasserdrache. Oh, der ist dick. Der ist dick und haut meinen Tyrot kaputt, der blöde Sack. Und in der Mitte ist ein gelber Totenschickl erschienen. Ah, da hinten. Was könnte uns das sagen? Nichts. Oh, mein Zauberding hat nicht gereicht, ist der Ding. Ich stehe genau auf dem Totenkopf. Da kommt ein dicker Sack, der ist gerade hier runtergepurzelt. Der hat so ein komisches Kristallschwert in der Hand. Wo denn? Ach, da oben. Irgendwas brummst mich von hinten an. Was soll das denn? Ich mag es nicht von hinten. Ich habe ihn gleich weg, dauert noch ein bisschen. Aber da ist er. Jetzt ist er unten. Ich kriege ja krachen. Ja, für Nahkampf war, glaube ich, ein Horror, oder? Oh, ganz sicher nicht. Jetzt sind wir hinterher und geht hoch. So, Mann, noch ein gelber Totenschädel. Ja, da oben wieder. Gelber Totenschädel. Achso, hier. Achso. Ich bin auf dem Weg. Ja, komm runter. Jetzt hüpft er wieder runter. Ich glaube es nicht. Warst du gerade da, oder was? Ja. Ja. Oh, von hinten, von hinten, von hinten, da kommt auch einer. Ja, was ist ein anderer diesmal, ne? Der ist noch dicker. Der dickere von Dicke. Der dicke Dude. So, einmal hier durchgefräst. Und eine Suppe bauen. Autsch. Der hat eine Gatling da an, der Sack. Ha, ha, ha. Und er kann wegschubsen, ey. Jetzt war ich in der Nähe, wurde ich wieder wegschubst. Da ist noch einer von denen. Ach nee, da echt jetzt? Nee, ich lüge. Warum liegst du denn? Der ist aber gleich weg. Siehst du? Mein, hab ihn. Super Wasserdrachen da. Irgendwann war aber auch noch einer. Naja, ist weg. Hallo. Pssst. Die Heilmaschine rennt weg. Bei mir geht noch was, hallo? Hey. Du musst nicht immer ganz voll sein. Boah. Das ist nachher das Witzige von Citroen, was mir fehlt. Tja, die fünfjährige Melka dreht gerade durch. Denn das Signal vorhin war von keinem geringer als dem alten Sentinel persönlich. Lies vor, Nova. Na toll. Noch mehr Leute, die rein wollen. Was ist heute nur los? Ist Dienstag? Mit Dienstag kann ich noch nie zu rechnen. Tja, Schätze, ich muss einfach einen ausahnungsloser Gegner umbringen, anstatt mich auf die geplanten Paar zu beschränken. Wo ist die Danger-Zoom hier? Das rote Ding hier, oder was? Ja, ich bin durch. Autsch! Ich... Tot. Oh nee, ich bin runtergefallen. Wahrscheinlich muss ich auch da hängen. Bist du gleich tot, weil da sind Gegner. Aber die regen sich nicht. Boah, Onkel, du klaust diese Kugeln immer weg. So schnell kann ich nicht mal gucken. Welche Kugeln? Du hast doch gar nichts gekugelt. Ja, diese Truhen. Du machst immer Truhen auf und klaust diese Kugeln mit Boost und was weiß ich was allen. Immer wenn ich an der Truhe komme, warst du schon da. So ein bisschen wie Hasen und Diegel gerade. Ach so, ach so. Die sind schon leer. Was meinst du? Das könnte sein, ja. Hilfe! Du musst... Was machst du da? Ja, ich versuche hier wegzukommen. Ich bin runtergefallen. Und keiner rettet mich. Blöd. Ja, das ist blöd von dir. Das stimmt. Ja, ich sterbe jetzt auch, oder? Ja, ich komme jetzt nicht umbeläglich. Nee, ist kein Problem. So. Hier zum Beispiel ist eine Truhe. Die hast du noch nicht geöffnet, Onkel? Dankeschön. Wow. Oh, der Onkel ist schon weggeflogen. Wo bin ich denn? Ja. Wir müssen auf den anderen warten, sonst... Ja. Wird das nix. Sehr schön. Gut, da kann ich aber ganz schnell... Was? Aufs Klo gehen, oder was? Was kommt jetzt? Jetzt wird der nicht eine Hand in die Hose stecken, oder so. Nee, ich habe kurz gezogen. Wie lang, sag mal. Wie komme ich da hin? Du gehst durch die Tür. Damit fängt es erst mal an. Hallo, wo bist du? Was machst du da? Ah, okay, das habe ich erst mal. Nee, 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 nee. Äh. Hä? Schön. Falsche Richtung. Ja, liebe Freunde, jetzt ist, äh, doch der spannendere Part bei... Falsche Richtung. Na, ich gehe da hoch. Falsche Richtung. Ach doch. Nee, hä? Du gehst... Darf ich dir den Weg zeigen? Ja. Da oben durch die Tür. Da oben durch. Ich wollte eigentlich einen anderen Weg nehmen. Mhm. Herr, schmeiß Hirn vom Himmel. Mein Gott, ey. Das ist aber ganz schön langer weiter Weg, das ist ja schon klar, ne? Ja, du musst jetzt durch allen fallen nochmal wieder durch. Aber ich hätte auch einen anderen Weg. Jetzt boing. Das kommt mir bekannt vor. Hallo. Ja, das muss dir auch bekannt vorkommen, weil du das schon mal gespielt hast. Das sind aber ganz die rote Punkte. Ja. Und jetzt nicht bitte dich wieder runterschubsen lassen. Guck mal, das ist alles ungeteint hier. Jetzt nicht mehr. Oh, ich dachte gerade wieder. Ich dachte gerade, er lässt sich wieder runterschubsen. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Das war spannend hier, du. Oh, 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 oh. Wenn ihr nicht dabei seid, geht's auch viel einfacher. Mhm. Das heißt doch was, oder? Wir warten und warten. Nein, nein, nein. Andere Richtung, andere Richtung, andere Richtung. Das andere Recht sozusagen. Mein Gott, ist das ein Weg hier, ey. Halleluja, du. Oh, der Onkel zieht. Ich höre ihn ziehen. Ich bin dein Vater, äh, dein Onkel. Achtung, ich springe. Ich bin gestorben. Ich habe nicht hingeguckt. Irgendwie habe ich mich bewegt. Du bist hier runtergepfoten, du Trottel. Du bist hier runtergepfoten, du Trottel. Du bist hier so geil, ey. Ich habe nur ein bisschen mit dem Controller gespielt und bin so ganz langsam geschnauert. Oh, du bist ein Idiot, ey. Oh, Mann. Ich dachte jetzt, hä? Ich dachte jetzt, was ist denn da unten? Ja, geil. Ich habe Guck die ganze Zeit bei dem guten Zwerg zu. Aber ich bin da. Ich weiß nicht, wie es hilft, die wir jetzt haben. Warte, wie sieht's? Warte, stopp, wie sieht's? Hey, Mann. Wie saß denn alles in der Zeit? Na gut. Die Zeit sieht super aus. Wenn einer Zeit hat. So, wir haben den Hüter-Mokel hier. Ja, hier kommt der auch gleich. Der ist er wieder. Schieß nochmal drauf, oder? Guck mal, dein Energiebleiben bewegt sich gar nicht. Ah, der schmeißt mich runter. Der schmeißt mich runter. Ich bin tot. Er hat mich komplett von der Map gefickt. Er könnte mich wieder beleben. Ich hänge am Rand hier. Ja, ich komme zu dir. Das ist nämlich das gemeine hier. Der kann einen hier weg tun. Oh, das ist immun gegen alles. Immun gegen alles? Na, der zuppelt doch so langsam weg. Der kann nur ein bisschen was. Bei mir ist das gar nicht bei mir. Bei mir ist das gar nicht bei mir. Ich weiß nicht, wo ich es sich aufbauen kann, hier. Ah. Ich war der Transformer, ey. Transformer is more than meets the earth. Na komm. Siehst du, jetzt hier so Bauch und Kopf am Rücken gehen ganz gut gerade. Ach du Scheiße. Hilfe. Ja, geht doch. Der zuppelt so langsam weg hier. Nimm dies, du Schuft. Noch 6 Sekunden, 4 Sekunden. 3, 2, 1. Für was? Für das. Nein, das schubst du nicht weg. Der Wasserdrache ist auch da und der steht noch an der Pfütze. Das ist sehr gut. Jetzt kriegt er eine neue Pfütze ab. Jetzt kriegt er noch eine Pfütze ab. Du willst jetzt eine Suppe kochen, wo wir hier mitten im Action sind. Du bist nur ans Essen so. So ist es. Er hat eine Haut zu, ne? In seinem Body, ne? Ja, aber die blinkt ja weiß da. Und das heißt, du ja irgendwie da oben zuppelst, ist der ja auch weg. So langsam. Ja, komm, der ist doch schon gleich weg. Der ist doch schon gleich weg. Er hat nur ein paar neue Tricks auf Lager. Ja, ich bin tot. Ja, ich hab ihn. Wieso hab ich ihn? Ja, toll. Dass man einmal nicht da, da machst du ihn platt. Okay. Super gemacht. Ja, fantastisch. Was sind wir? Oh, das war Artefaden. Und nun? Wie baut sich das auf? Das war nicht der Endbox, richtig? Du hast der Story nicht zugehört, richtig? Nein. Ah. Ähm. Der alte Sentinel ist derjenige, welcher. Ähm. Noch einer. Dann sollte sich die Kammer des Sentinels öffnen. Wow. Kommt der andere auch mit? Wo bist du, Onkel? Da, okay. Heile, heile Gänzchen. Ich will, wenn du keine Splitter mehr bekommen. Ich, äh. Mein Gott, die labern hätte ich gar nicht. Das ist so geil. Die labern ja die ganze Zeit. Ich hab noch einen Handlanger für einen Kampf bis auf den Tod vorbereiten. Ich hab doch so schon alle Hände voll zu tun. Ah. Na sei ehrlich, Sentinel. Du hast seit tausenden von Jahren nichts mehr zu tun gehabt. Ich sollte mal wieder ausgehen. Ist was vorgefallen? Ich wollte sagen. Ja, ich bin deswegen stehen geblieben, weil ich ja keinen Timer hab. Und ich möchte nicht wieder der Verantwortliche sein, der vorrennt, weißt du. Ah, ja, sehr gut, sehr gut, ja. Ich erinnere mich da mal an eine Szene. Ja. Eine Szene, die wir gemacht haben. Du machst mir andauernd Szenen, aber das ist hilfreich. Aber was ist das? Er ist schon am Rumpel hier, die Jungs, kann das sein? Jo, der kann irgendwie auch was ab dir, oder? Da ist noch so eine Nase. Autsch. Der hat sich zusammen fett über. Diese grünen Jungs können auch richtig was ab. Autsch, Hilfe. Da, so ein Deathpack hier. Mann. Kaputt. Mein Gott, so schnell kann ich immer gar nicht, wie du die Leute wegschmelzt da. Ich brauch Heilung, wo bist du? Nein, nicht die Bombe. Wo ist der Heiland in mir? Ah, wir sind dahinter. Danke. Alani. So, jetzt können wir durch die nächste Tür, richtig? Richtig. Schocking. Krass. Wollen wir einen Break machen? Stopp. Stopp. Oh, ey, Leute, jetzt sind hier die Feinde. Ey, ich achte die ganze Zeit drauf. Jetzt einmal nicht aufgepasst. Nee, gut, passt, 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 passt. Die Feinde wurden erquetscht. Du, die, die, die kleine, die brauchen ein bisschen Heilung. Du willst wieder nur komplett voll sein, das ist alles. Ja, genau. Die Feinde wurden zerquetscht, deswegen. So, ich hab die jetzt angespritzt. Und nun? Ja, viel, viel nasser als vorher. So, wir machen ein Häuschen, weil das eine längere Folge werden könnte hier insgesamt. Okay, du hast anmoderiert, du musst auch die Abmoderation machen. Ja, genau, ja. Ja, das ist schön. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Part wieder. Und hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Bis dann. Tschüss. Ja, mal gucken, ob wir diesen alten Sentinel da überhaupt platt kriegen. Der eben war ja schon ein bisschen nervig in diesem Sinne. Aber auf irgendwie kein Problem. Tschüss.